Schönen guten Abend. Um halb acht am Donnerstag. Trotz eines erbitterten Streits zwischen der Stadt Bonn und den Architekten für die Sanierung der Beethoven-Halle, wir hatten vergangene Woche darüber berichtet, können die Bauarbeiten weiterlaufen. Vergangene Woche hat das Architekturbüro gedroht, aus dem Projekt auszusteigen. Und heute will die Stadt Bonn zeigen, es geht auch ohne. Wir gucken mit Ihnen auch nochmal auf den Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn. Denn der bedeutet auch für Reisende in unserer Region wieder viele Ausfälle und Einschränkungen. Gestreikt wird seit dem frühen Morgen im Nah- und im Fernverkehr. Im Fall des getöteten sechsjährigen Mädchens hat die Bonner Rechtsmedizin das vorläufige Ergebnis ihrer Obduktion bekannt gegeben. Demnach starb das Kind, das leblos in der Rüngsdorfer Wohnung ihrer Eltern gefunden wurde, durch Ersticken, so die Staatsanwaltschaft. Die Mutter wird wegen Totschlags verdächtigt und sitzt weiter in Untersuchungshaft. Sie schweigt bislang zu den Vorwürfen. Wohnen am Bach. Ist ja erstmal sehr idyllisch, oder? Das finden die Anwohner rund um den Mühlenbach in Bornheim gerade wohl eher nicht. Sie sollen nämlich auf eigene Kosten Mauern, Gartenanlagen und in einem Fall sogar einen Hausanbau abreißen. Wir hatten schon darüber berichtet. Die Begründung Hochwasserschutz. Bei hohen Pegelständen könne das Wasser sonst nicht richtig abfließen. Inzwischen gab es mehrere Anhörungen und zumindest in einem Fall hat der Rhein-Sieg-Kreis jetzt anders entschieden. Jetzt Memo an mich selbst. Contenance. Aber die sind so süß. Die beiden sind definitiv die jüngsten Azubis im Rhein-Sieg-Kreis. Und seit zwei Wochen sind sie schon verbeamtet. Das ging flott. Heute hatten sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. Wenn die groß sind, sollen sie Ganoven fangen und Gaunern Respekt einflößen. Im Moment sind sie einfach nur niedlich. Das hatte ich glaube ich schon gesagt, ne? Ja. Und die hat gerade schon Papa gesagt, oder? Wir haben es hier alle gehört. Alles Gute für den weiteren Berufsweg. Stigmatisiert zu werden, das ist furchtbar für diejenigen, die es betrifft. Wenn Sie oder ich ausgegrenzt werden wegen etwas, noch dazu, für das wir gar nichts können, Haarfarbe, Herkunft, Körpergröße oder auch einer Erkrankung, bleibt oft ein Gefühl von Machtlosigkeit. Wir stellen ein Bonner Theaterprojekt vor, das etwas gegen Stigmatisierung im Alltag tun möchte. Die Theatergruppe Fulminant setzt sich auf der Bühne mit Erfahrungen auseinander, die psychisch erkrankte Menschen im Alltag oft machen. Und das Besondere, das Ensemble besteht auch aus Menschen, die größtenteils eine psychische Erkrankung haben. Wir feiern den Weltfrauentag morgen, einfach heute schon mal ein bisschen vor. Da würde nämlich auch dieses Thema, was jetzt kommt, hervorragend passen. Frauen, die sich in Berufen behaupten, die immer noch überwiegend von Männern ausgeübt werden. In der Chirurgie und in der Intensivmedizin ist das, stand heute so. Und es kommen wohl auch viel zu wenige Medizinstudentinnen nach, die sich für diese Fächer entscheiden. Warum und wie könnten das vielleicht wieder mehr werden? Wir stellen Ihnen tolle Frauen und ein Projekt an der Uniklinik der RWTH Aachen vor, die an einer Lösung arbeiten. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben den ganzen Tag nur angenehme Gerüche in der Nase und können die so beschreiben, dass andere daraus einen Duft herstellen. Melli Zampanella ist Duft-Stylistin. Ich wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt. Und neben allem, was sie da lernen kann, hat Melli aus Köln vor allem eine besondere Gabe. Damit ist sie inzwischen zur gefragten Expertin für Dufthäuser, Mode- und Kosmetikfirmen geworden. Ich rieche Kirschblüte. Auch wenn der Himmel über Bonn und der Region heute manchmal grau war, da ist schon ganz schön viel Farbe mit drin, Kirschblütenrosa zum Beispiel. Und ich glaube, da blüht jetzt noch einiges auf, die Aussichten. Etwgrad. Soweit die Lokalzeit für Bonn und die Region. Hier gibt es gleich geniale Ideen für den Alltag. Fit bleiben ohne Sport zum Beispiel oder Brotlänge haltbar machen. Wissenschaftlich geprüft in Quarks, ab Viertel nach acht. Jetzt die Tagesschau. Schönen Abend.